Welcome to Nightmare Church Die ist so geil, diese Mund Die ist richtig geil Jumpscares incoming, Freunde Jumpscares incoming Geil! Ich bin auch gleich da Alter, was machst du? Hä? Klinge, bist du hier gestorben, oder was? Alter! Was ist passiert? Es ist noch Preparing, du darfst reden Jaja, ich hab nicht Ah! Alter Lol Es ist die Alter, wie geil ist genau die Es ist ja auch passiert Alter, ja, ich bin einfach mal mit Ich kenn die Map Natürlich kennst du die, ich kenn sie ja auch Geil, Alter Ja, ich auch Ach, wie geil Oh, fuck Das hier ist ne Falle, Leute Trap-Button Ja, verrat's halt Ja, das kann man doch doch lesen Was ist das für eins nice Map? Eins nice Map mit ganz viel großen Hüsel Wer läuft das? Deko Servus Geil, Alter Alter Das wird jetzt richtig Psycho Oh, Fledermäuse Ah, ich bin grad Ich bin grad Ich bin grad Jumpscare, ich bin in den Beichtstuhl gelaufen Boah Scheiße, ii Tut mir ein Gefallen und läuft nicht in den Jumps Äh, in den Beichtstuhl Doch, sind wir ja vorhin schon Das Ding ist Bei Gronkh und so haben sie ihm halt Die Map-Version ohne Jumpscare Und wir haben sie jetzt einfach mit Das hat mich grad so verjagt Warum geht das jetzt nicht? Ach, egal Alter Wow Okay Wer steht da rum? Was machst du da? Liara? Die bewegen sich, ne? Ja Lass mal hier in die Wohnung gehen Oh, Telefon 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 Ich geh ran, hallo, hallo Oh, oh Nur noch sieben Tage, Liara Guck mal im Fernsehen Neffloat Was? Das war hier die Tür Die Tür ist aufgebrochen Alter Äh Schon mal ins Badezimmer Ach, die Katze in der Mikrowelle war das Die ist explodiert, passiert manchmal Sorry, Leute Hallo, Jason Ich bin... Hallo, Jason Oder seine Maske Woah Ähm Alter Komm mal bitte zu Jasons Schlafzimmer Alter, ich hab mich so erschrocken grad, ey What's that in Freeman's Hand? Oh, Gott Oh, oh Soll ich's nicht alleine lassen? Oh, ein Einkaufswagen Den nehm ich Oh, wie süß Oh, wie süß Was macht ihr denn hier? Feuersack Ich dachte, dass du dich auch erschrocken hast Ähm Nö Alles gut Ich... 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 ich bin halt ein Schisser, weißt du? Ich bin halt... weil die Puscheln Hihihi Scheiße Steht bei dir auch Pick up? Fuck Alter Habt ihr gesehen? Alter Klinge ist es Klinge hat die Wuppe Klinge ist es Klinge ist es Okay Alter Scheiße Das war der Scheißwaffe Moin Alter Die Trämpfe sind schon geil Ich muss sie zurückhalten Das ist keine Stun-Waffe Ich muss gerütteln Ähm Ich hab gedacht, du machst du sofort vorzuhören Nein Willkommen zur Nightmare Church Richtig Und ich hab gleich ne... Gottesdienst Klinge? Hä? Ja Was steht da? Okay Nur wie die Map funktioniert Achso Ach wie geil ein Slenderzettel Kann man den sammeln? Das wär geil gewesen Das ist ja witzig Ich hab Slender gefunden Okay Zumindest... Zumindest ein... Dingens Was für ein Ständer hast du gefunden? Meinen Was? Was? Ich hab Slender gefunden Äh Zumindest ein Tattoo von Anne Oh! Lol Und hier... Dem geht's auch Alter Pentagramm hier unten Oh! 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 Eben geht's auch nicht immer ganz so gut Was? Und ich dussel lauft auch noch... Wow! Was? Also... Ich dussel lauft auch noch rein, ey Okay... Einmal... Und dann hab ich ihn getroffen Richtig! Ja! Eben! Drum! Du hast mich ja auch getroffen! Ich hatte... Ich hatte... Ich hatte das letztes Mal, dass ich ähm... Mit Gecko halt auch den Bömerang hatte Und dann konnte ich den halt werfen Und dann kam's zurück Ich konnte ihn wieder werfen Ja, das sowieso Irgendwas stimmt halt auf jeden Fall nicht Na Gecko? Ja, Moin! Oh Gott! Ich... Ich will eigentlich... Oh Gott! Ich will eigentlich... Kann man eigentlich die Leine... Durch... Was war das? Eigentlich... Ich muss mich hier müden Kann man eigentlich die Leine durchschießen? Nein Was klingelt? Du musst dich müden... Bist du tot? Ähm... Weil ich mich hier zu höher freiggeholen Keine Lust hab den Simpsons zu freien So... So... Mal ausprobieren Oh, das ist das Scheiße So... Weiter geht's! Weiter geht's! Du kannst so viel machen an die Sammländer Ey, ich find die so geil Ey! So... Alla! Zombies! Wart mich hier schon mal nicht... Das hab ich noch gar nicht gesehen Lass uns mal hier runter gehen Oh, hi! Ich bring grad die Zombies um Ich mag keine Besucher Sollen wir da mal hingehen? Hallo? Oh Gott! Oh Gott! Was geht's? Oh Gottes Willen! Alter Leute! Wir müssen dem... Wir müssen dem Licht folgen Wie? Den Licht folgen? Folge nicht... Geh nicht ins Licht! Doch! Ich muss! Ich kann nicht anders! Nein! Schleck was! Was? Was ist denn? Ich hab einfach nur miese... Waffe... Waffe... Kann einer mal reingehen? Ich will ja nicht reingehen Oh! Stirb! Du hast ja nichts zu sagen! Was zum Fick? Hä? Äh? Pick up? Ein Baby? Ach lol! Och wir haben die... Die richtige Waffe nicht dafür Um das Baby aufzuheben Scheiße! Ist das ne... Was denn? Sag mal... Oder? Geht das so? Was wollen wir denn machen? Ich weiß nicht... Ich hab das Baby... Muss es vielleicht der... Muss es vielleicht der Traitor machen? Nein! Ich glaub... Nein! Das ist ja auch gleichzeitig ne... Ne... Einfach... Ne Bombe, oder? Nein! Das ist gleichzeitig ne Dings-Map! Ne... Ne Adventure-Map sozusagen! Deswegen... Das müsste eigentlich schon klappen! Genau! In welchem Zimmer waren auch so zwei Dinge, die du pick upen musst! Aber wohin damit? Hier vielleicht? Zum Taufen? Ach... Wieder ne Pistel! Nichts an! Wenn er fortkommt! Hier ins Taufbecken vielleicht? Weil hier das... Das glänzt auch schon so... Da ist irgendwas... Geil! Alter! Das Klavier ist geil! Das Klavier spielt gerade! Pack den mal hier ins Taufbecken! Vielleicht passiert dann ja was! Was willst du machen? Leider nicht! Schade! Wir taufen dich! Im Namen! Ich weiß es nicht... Wie heißt das Kind? Des Vaters des Sohnes des Sohnes des Sohnes... Das Heilige Geister... Ja... Also bei den Worten... Da fang ich gleich an zu brennen! Ja ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich bin Satans Tochter! Einfach echt so! Ich bin Satans Tochter! Echt? Du auch? Ja ja! Ich bin Satu! Wo ist das Baby hin? Oh geil! Ein Geist war da gerade! Das Baby heißt jetzt... Das Sata... Sultanine! Heißt das Baby! Ganz klar! Was? Sultan von? S... 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 Oh! Hä? What the fuck? S... Oh! Äh... Hi... Hi Freunde! Ich bin wiederbelebt! Ich kam aus den Tiefen der Hölle! Ich war nicht! Und es war schön dort! Man... Mir wurde etwas mitgegeben! Und zwar diese Shotgun! Mit dieser Waffe! Sollte ich den Traitor töten! Und das ist... Klinge! Irgendwie nicht mehr? Nein! Oh, lol! Ja, äh... Wie oft muss ich hier eigentlich noch in den Kopf schießen? Hallo? Hallo? Was zum Fickwack... So ein Scheiß! Hm! Ich dachte halt... Oh nein! Oh Mann! Schon dumm irgendwie! Wieso bist denn du healthy? Was ist mit dir? Warum? Warum hast du Leben ganz viel? So ein Scheiß einfach! Ich hatte irgendwie so... Ich hatte irgendwie so... 250 Telf-Punkte... Ich müsste mit dir herkommen! Ich hatte 200 Punkte Gesundheit! Ich so... Ja, okay, kann ich mich vielleicht einfach in die Mitte stellen! Ich weiß auch nicht, wo die herkommen! Aber warum hast du Klinge erschossen? Hast du gedacht, Klinge wär's? Ja, schon, weil sie hinter uns stand! Ja, irgendwie nicht, ne? Ja, irgendwie... Nicht! Ne! Ich wollte tatsächlich zuerst dich erschießen! Naja... Ich dachte, ich mach das mal! Es war lustig! Nimm mal raus! Hä?! Ihr steht aufeinander! Wieso steht ihr aufeinander?! Ich erreiche... Wie geil! Na? Was ist das denn? Ach! Was? Oh Gott, bist du wirklich... Gecko, hattest du wirklich 666 Health? Keine Ahnung! Wahrscheinlich nicht! Oder Flunkertfeier mich wieder an! Ja, natürlich! Immer! Ach geil! Ich hab mir auch keine Kauber oder so! Also ich zumindest nicht! Oh, hallo mein Freund! Na, sind sie schon... Wo hast du denn deine Hand?! Was? Schäm dich! Also Geister sind auch sehr pervers, ne? Also das ist der Wahnsinn! Ach, du bist des Gecko! Wusste ich gar nicht! Hallo! 7 days! Wir müssen mal ein bisschen überleben! Sieben Tage lang! Vielleicht passiert was! No... No map... Zoom into... Was? No map puzzles to solve! Crowbar... Hä? Was... Mit was soll ich? Zoom... Oh! Crossbow... Ich hab das Radio aktiviert! Hörst du das? Ne... Oder doch? Schöchermann! What the fuck?! Oh, das Bild ist voll schön hier! Ich glaub das könnte auch äh äh ähm... Klingen gefallen! Was denn? Ja, echt so! Das ist echt schön! Das ist richtig geil! Ja, das ist die Frage... Was ist hier? Komm her! Hier! Das da! Das ist echt schön! Das da! Oh ja! Klinge, du bist hurt! Was bin ich? Hurt! Das Bild ist auch geil! Achso! Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung! Ja! Das ist sogar ein Spiegel, wenn man hingeht, ist es ein Bild! Alter! Wirklich! Hey, wir haben doch gesagt... Was soll der Scheiß jetzt?! Was? Der hat jetzt so scharf geworfen! Ich weiß nicht so nicht! Ey! Du bist doch blöd, Klinge! Was? Ich habe... Ich habe echt, ey! Wir haben doch gesagt, wir überleben jetzt ein bisschen! Warum raust du das Schaf raus? Ich habe mich verklickt, Malone! Ja, 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 natürlich! Ja, klar! Natürlich! Du hast dich verklickt, ne? Deswegen hast du doch erst mal das Schaf gekauft! Ich habe vom Ablauf wegge... Das letzte Mal! Ah, Leute! Ich habe mich verklickt! Ich bin aus Versehen auf C gekommen, habe aus Versehen das Schaf gesucht und aus Versehen das Schaf gekauft! Lass mal da alle reingehen! Ich habe Verlust! So, ich das klinge! So, ich das klinge! Was? 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 Oh, Alter! Standest du da? Alter! Schrei doch nicht so! Alter! Schliess mal drauf! Alter! Wie war vor den Dog? Oh, Hallöchen! Ja, lol! Oh, Slenderman! Hä? Wieso ist jemand gestorben? Wie? Okay! So, hallo! Hier werde ich echt verpeilt! Ein bisschen! Was? Was ist denn jetzt wieder passiert? Ah! Oh! 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 So eine verschissene Kackbratze! Ich habe vor Schreck hierhin! Oh! Oh, oh! Tatsächlich! Nein! Nein! Fuck! Nee, echt nicht, klinge echt nicht. Oh Gott, ich muss hier weg. Hast du schon Seven Days aktiviert? Oh, da ist ein Death Note. Oh, f*** dich doch! Forgive me, Father. Ja, ja, klar. Fuck. Oha! Das ist nicht mein Baby! Was? Alter. Hier können wir nichts machen? Alter. Necronomicon Ex Mortis. The Book of the Dead. Lol. Lol. Lol, wer ist das denn? Ach, das ist der Map-Ersteller. Ach süß, der hat sich ja für ewig. Hätte ich auch gemacht. Bin ich auch so einer. Herr Klingel, was machst du? Wo bist denn du? Ich guck grad was. Alter. Komm mal mit. Teddybär. Du und ich. What the fu- Mein Teddybär hat's einfach verbrannt. Äh. Tja, ich bin halt ein Dämon. Scheiße. Ich darf keine Teddybären haben. Ach, geil. Okay, geil. Okay, ich bin grad ein bisschen flammt. Diese Huda-Puppe. Press Use. Zoom and tweet. Voll geile, voll geile Map einfach. Hm. Erstein. Schrei doch nicht so, Klingel. Was? Wow. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Ist okay. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Okay, alles klar. Leute. Ja. Ja... Schöne Map auf jeden Fall. Ja. Wupp, wupp. Wupp. Wupp, das lustige ist, der eine Typ hält einfach eine Half-Life Episode 13 in der Hand. Half-Life 3? Okay, geil. Ja. Das ist lustig. Ja, Leute. Eine Runde noch, oder? Habe ich auch gehört, ja. Eine Runde auf einer richtigen Map, oder? Ja, Feuer, das weiß man nicht. Mach mal noch eine Runde auf einer richtigen Map, habe ich gehört. Alla!